Maxi Rahl und schon wieder trifft Maximiliane Rahl in Schwarze. Maximiliane Rahl, FC Bayern München, Abwehrspielerin. Mein Papa hat mich immer mit auf den Sportplatz genommen, wenn die Männermannschaft im Dorf gespielt hat. Und die Kids haben dann nebendran ein bisschen Fußball gespielt, da habe ich dann mitgespielt. Dann wollte ich auch in den Verein gehen. Ich bin ja jetzt im ersten Jahr da, deswegen ist noch alles ein bisschen neu gewesen im ersten Jahr. Aber eins kann ich sagen und zwar wir sind ein geiles Team. Von daher, die Leute machen glaube ich den Verein zu etwas Besonderem für mich. Ja, ist ein cooler Typ, ganz lässig, locker. Er macht einen kompetenten Eindruck auf dem Platz und neben dem Platz auch einen sehr menschlichen Eindruck. Ich glaube, der passt super zur Mannschaft. Ja, war aufregend würde ich sagen. Ich war nicht so viel als Abwehrspielerin unterwegs, sondern eher im offensiven Bereich. Deswegen war sie Gott sei Dank torreich und dadurch konnte ich ein bisschen auf mich aufmerksam machen. Von daher war es ein cooles erstes Jahr für mich. Auf dem Platz habe ich glaube ich einen ganz guten Torriecher für Abstauberbälle. Also ich weiß manchmal, wo der Ball hinkommt. Sieht dann nicht immer schön aus, wenn man das Tor macht, aber Tor ist Tor. Und neben dem Platz kann ich glaube den Menschen gut zuhören und ab und an mal einen guten Ratschlag geben. Ich finde München sehr schön. Es ist eine sehr schöne Stadt, sehr grün. Der englische Garten gefällt mir sehr gut und man ist auch relativ schnell draußen in den Bergen. Und auch viele Seen gibt es auch um München rum. Gehe auch gerne schwimmen. Also die Region München und die Stadt ist genau meins.